Maite Kelly überrascht mit einer persönlichen Offenbarung. In der MDR-Talkshow Riverboat spricht sie erstmals über einen Geburtsfehler am Herzen. Ich habe tatsächlich ein kleines Loch in meinem Herzen, sodass mein Herz ein bisschen größer ist, erzählt sie dort. Auf die erstaunte Nachfrage bestätigt sie. Ich habe wirklich als Baby ein kleines Loch im Herzen gehabt. Die Sängerin beruhigt jedoch. Es ist alles zugewachsen. Es ist alles gut. Ich bin noch da. Es besteht also kein Grund zur Sorge um die lebensfrohe Künstlerin. Maite Kelly ist bekannt für ihre positive Ausstrahlung und Energie. Sie fügt schmunzelnd hinzu. Ich war immer ein bisschen groovy. Mein Vater sagte, ich bin mit zwei Herzen auf die Welt gekommen. Der angeborene Herzfehler hielt sie nie von ihrer Leidenschaft für die Musik ab. Seit Jahrzehnten steht sie erfolgreich auf der Bühne. Neben dieser persönlichen Geschichte spricht sie auch über ihre rebellische Jugendphase. Heimlich hatte ich immer ein Piercing, das man ausziehen konnte, weil sonst hätte ich wirklich Ärger bekommen, gesteht sie. Ihr Vater warnte sie immer vor einem Loch in der Nase. Doch ein Zugeständnis machte er. Ich durfte dann diese Unechten überall reinmachen. Das war ganz cool. Maite erzählt auch von ihrer Liebe zu verschiedenen Musikrichtungen. Und dann kam Roland Kaiser und hat diese zwei Herzen zusammengebracht, berichtet sie stolz. Seitdem darf ich alles in meinem Leben musikalisch ausleben, was ich darf und kann. Im Januar 2025 startet sie ihre Nur-Liebe-Tour und zieht sich dafür vorübergehend von der TV-Bühne zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017